Musik 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 16 jetzt bleibt gleich noch die Spitze rein, der ist runter So, nach einer Minute hat das Feld etwas zu dir, der Max Rett da vorne weg. Wenn er das finalig tut, hat er sicher gewonnen. Wenn nicht, ist ihm das große weg. So, der Berner kann in der Nacht starten bei ca. 8 Teele. Aber der Max hält das selbe sich ab. Man zieht es mit großen Augen. Man zieht es auf die Leppen ein bisschen besser. Man zieht es gerade noch ein bisschen mehr Gurtgeschwindigkeit. Man kann es in die Teele ein bisschen absetzen. Man zieht es mit der Max Rett rein. Durchschnitt der Rettung der Kompassbremse eines 15.3. Jetzt der Persönlichstelle von Bernhardt 14.4. Da hat er mit der Kompassbremse aufgehoben. So, der kann es gehen. Auf der Rettung der Aufstand wieder etwas hergekommen, der Bernhardt. So, der Kompassbremse aufgehoben. So, der Berner ist dabei sehr fast. So, der Kompassbremse aufgehoben. So, der Kompassbremse aufgehoben. So, der Kompassbremse aufgehoben. So der Kompassbremse aufgehoben. So der Kompassbremse aufgehoben. Da ist ja der Kälbischfabier, David Schneider, der da im Wohnen sucht. Dann ist der Lukas Fischer und der Tone schreit. Wir werden aber wieder eine eines Kultusen verloren, die sich weiter erdenken. Aber er kommt eigentlich auch sofort wieder etwas näher sich wieder aufgeholt. Das macht der Matthias B. Jo. Er fährt auch mit dem Schlepp im Wohnungszeit. Das macht der Kälbischfabier. Und auch ist der Kälbischfabier. Dann schenkt die Kälbischfabier auch wirklich der Hähne. Wer dann wieder etwas zu bekommen in den 4 Tätigen der Rückstand ist auch 3.5 gegen die Kälbischfabier. Dann werden dann noch mit seinem Schlepp im Rennrunde und sich nochmal etwas stärker über die Kälbischfabier zu bringen. Jetzt den Kälbischfabier fährt das im Rennrunde vorbei. Dann muss das Hähne aus der Schlagginstallation nach der Ma herber und dann ist die Kälbischfabier dabei. Ja, Der hat ca. 18 gerutscht das Auto in Bernhard. Aber die dritte Position kann auch die schönste sein, wenn sich die beiden Vorderländer nicht so annehmen. Jetzt der Bernhard voll da. Ich muss jetzt noch kurz abwärts in der Ratsch und leider empfiehren. Da kommt nach hinten natürlich sofort der Matthias Reding auch wieder da. Da verlieren wir beide drei Zehn, die ist in der Runde. Jetzt ist der Matthias Reding auch wieder voll da. Man sieht es, wenn man kämpft, setzt man nur wieder da. Man muss noch mal kurz vom Gas gehen, um den Vordergrund ins Prenz und den Hintergrund aufschießen. Und jetzt die drei Stecken. Die Fahrer des Wochenendes in dieser Klasse im Inseite um den Tagessieg in dieser Klasse. Wenn der Herr Ratsch und den Klasse im Inseite um den Tagessieg in der Ratsch. Jetzt ist er noch all die für mich. Und dann der Ratsch und den Tagessie. Untertitelung des ZDF, 2020